Was ist WLAN? Es ist Sonntagnachmittag. Marie war mit ihren Eltern und ihrer großen Schwester Lea wandern. Nach so viel Bewegung an der frischen Luft ist zu Hause erstmal Ausruhen angesagt. Deshalb darf Marie eine Folge ihrer Lieblingssendung anschauen. Marie holt das Tablet und kuschelt sich aufs Sofa zu ihrer Schwester Lea. Marie schaltet das Tablet ein und tippt auf die YouTube Kids App. Doch nichts passiert. Stattdessen ploppt eine Meldung auf. Keine Verbindung mit dem Internet. Wieso denn das? Die vier gehen auf Spurensuche. Papa, Mama, Lea und Marie. Das Problem ist schnell gefunden. Lea entdeckt, das WLAN ist ausgeschaltet. Tja, und ohne WLAN gibt's auf Maries Tablet kein Internet. Und ohne Internet keine Lieblingssendung. Denn Maries Lieblingssendung kommt durch das Internet ins Haus. Das Haus von Maries Familie ist über Kabel, die unter den Straßen und Gehwegen vergraben sind, mit dem Internet verbunden. Aber es wäre ja ganz schön umständlich, wenn im Haus auch alle Laptops, Tablets und Smartphones mit Kabel rumlaufen müssten. Darum gibt es WLAN. Aber was ist eigentlich dieses WLAN? Das WLAN ist unsichtbar und kommt aus einer kleinen Box. Diese Box nennt man Router. Bei Marie im Haus hängt der Router an der Wand im Flur. Und der sorgt dafür, dass Internet im ganzen Haus verteilt wird. Das könnt ihr euch wie bei einer Lampe vorstellen. Das Licht der Lampe strahlt durchs ganze Zimmer. Aber damit das Licht auch überall hinkommt, dürfen nicht so viele Hindernisse im Weg sein, also Wände oder Schränke oder so. Denn wo viel im Weg steht, da ist, das wisst ihr natürlich, Schatten. Beim WLAN ist das also ganz ähnlich, obwohl es sogar durch die Wände kommt. Bei vielen Hindernissen kommt aber nicht mehr so viel WLAN an. Deshalb, je näher man am Router dran ist und je weniger Hindernisse, desto besser ist das WLAN. Lea schaltet am Router das WLAN ein und Maries Tablet verbindet sich wieder mit dem Internet. Das kommt jetzt auch bei Mamas Smartphone an und auch an Papas Smartwatch. Endlich kann Marie ihre Lieblingssendung schauen. In der geht es um ein Pony namens Bibi. Die G exotic Surely sind in der region w.,ела die neue folds giving sich wieder einig. Die vielleicht ist es um ein Pony namens B снυτig. WLAN, DIN DIN WLAN butterflies WLAN